Musik Wir vom Lines Club Lind sind untergeordnet dem Lines Club International. Wir sind ein Service Club. Wir stehen aus Geschäftsleuten, die die Ambitionen haben, auch sozial tätig zu sein. Das heißt, Arbeiten allein genügt uns nicht, sondern wir möchten was für die soziale Allgemeinheit tun. In dem Rahmen haben wir in unserem Lines Club verschiedene Events über das Jahr gesehen. Ungefähr drei bis vier Activities planen wir jedes Jahr im Rahmen dieser Activities, die vom Activity Team organisiert werden. Musik Sammeln wir praktisch Spenden oder legen auch gerne selber Hand an. So haben wir in einem Kindergarten schon einen Spielplatz gemacht oder im Wald einen Sitzplatz hergestellt. Und in dem Rahmen unterstützen wir halt soziale Projekte. Musik Musik Da werden wir auf dem Klausmarkt in Utsnach selbstgemachte Konfi und Zöpfe, die wir morgens um vier Uhr herstellen, verkaufen. Musik Und jedes Jahr wechselt es. Die Spenden, die wir einnehmen, das sind ungefähr immer 1,5 bis 1,9.000. Diese Spenden werden wir dann jährlich im unterschiedlichen Zweck zur Verfügung stellen. Dieses Jahr werden wir das dem Sperrblick, dem Kinderheim Sperrblick zugutekommen lassen, die dann Kindern, Waisen einen schönen Weihnachtsabend präsentieren können. Musik Musik Ich bin jetzt an einem Aprikosen-Konfi mit den Zutaten Walienzucker, Zitronensaft, Gelierzucker und Aprikosen-Logo. Musik Sieht gut aus. Aber sie dauert noch, aber es ist ein wenig langweilig. Und was machst du, Lukas? Das Gleiche mit dem grösseren Topf mit dem grösseren Killer. Musik Musik Jetzt habe ich gerade die Abwaschmaschine im Griff, beziehungsweise sie wasch jetzt für mich ab. Also ich muss nicht wahnsinnig viel machen. Das ist verdammt cool. Ich komme vorne, dann spritze sie es gleich an. Musik Jetzt kann man es aufmachen, schau jetzt. Wow Eine Pfanne. Ich habe einen ganz wichtigen Job, ich bereite ein Gläschen zum Abwaschen vorbereiten. Ich muss jetzt hier die Deckel auszuschneiden für Konfi-Gläser. Wir schneiden gerade Konfi-Deckelchen. Wunderbar, für welche Konfi ist das? Für Zwetschgen oder Aprikosen, ganz egal. Ich habe jetzt gerade Mise en Place gemacht, angetischt. Und jetzt habe ich den Rotwein aufgemacht, einen 40,5% spanischen Wein. Und ist er gut? Er wird noch nicht probiert. Er ist noch etwas kalt. Auf alle leuchten Wagen, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Hopmar und Aprikosen Also traditionell machen wir jedes Jahr, nehmen wir am Weihnachtsmarkt, am klaus-markt in Utznacht teil. und an diesem Klaus-Markt verkaufen wir unter anderem selbstgemachte Konfi. Und heute Abend haben wir wieder die Konfi-Produktion. Seit 4 Uhr ist das erste Team im Einsatz und produziert Aprikosen und Zwetschre-Konfi. Ich habe zwei Jahre gegründet, vor dem wir noch jahre. Wir sind unter Freude, mit immer im Schwul. Meine Aufgabe ist, die richtigen Deckel auf die richtigen Gläschen zu bringen. Und das braucht viel Erfahrung. Man schaut das Gläschen an, sieht, es könnte hier auch sein. Man probiert, macht es drauf und merkt, wow, es passt. Wir haben gesehen, es war zu einseitig für Heroxin. Wir wollen jetzt noch andere Marken sehen. Also Christoph, bitte, was ist das für eine Marken? Es ist schwierig. Es sind Goop, sagen die Frauen. Aber ich glaube, es ist eben nicht Goop. Es ist Goop, der Deckel. Der Deckel ist Goop, aber das Gläschen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine wesentliche Herausforderungsrichtlinie. Vorher hat es so einfach ausgesehen. Und jetzt, dank der Chefin. Wir haben eine Paella. Genau. Eine richtig spanische Paella. Hier drin hat es Bullenstücke. Dann Reis, logischerweise, weil es halt so eine Paella gehört. Dann Erbschen, Peperoni, Safran und vor allem hier auch. Zum Schluss haben wir einen feinen Wolfsbarsch. Was? Wolfsbarsch. Nein, genau. Garnele und dort in dieser Pfanne hat es auch noch Muscheln. Und Seetiefel. Ah ja, genau. Seetiefel haben wir doch. Und Wolfsbarsch haben wir auch. Wolfsbarsch. Eigentlich, was alles so gehört in eine Paella. Genau. Und Safran. Yeah! 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 Elektronik, mein Appen und Wort. Ein einzig der Nächste und ein Kalt. Selbstständig auf eigenen Füssen. Und schon gibt immer das Leben süss. Ich habe keine Ahnung. Wir haben die Gläser, die wir jetzt schon fertig befüllt haben, die wir jetzt noch dekorieren mit Schleifchen und Etiketten, damit wir sie dann auf dem Weihnachtsmarkt machen können. Und die Dinger, die haben wir schon vorausgeschnitten und jetzt kommen die Truft mit Gümeli und Schleifchen. Und besonders ist wichtig, dass wir es nachher schön machen, das Mäschchen, nicht? Ja, weil die Dimentität werden, damit es wunderschön aussehen. Und das sind unsere kleinen Arroberten. Das kannst du dann auch überlegen, ob du es nicht wiederholst. Ja. 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 Max. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich verkaufe unsere feine Kombi, die wir gemacht haben. Ich verteile ein Österchen an den Kunden. Und ich kann dir sagen, der Erfolg ist recht gut. Jetzt sehe ich gleich den potenziellen Kunden. Komm, Benard! Benard, hilfst mir schnell! Was würde ich essen? Ich werde gefilmt, du musst mir etwas abkaufen. Nein, willst du es probieren? Nein, nehme ich. Aprikosenwandel. Das ist der grösste. Perfekt. 6 Franken wäre das. Heute ist der ominöse Tag, wo wir alle freien Sachen verkaufen wollen. Das Ganze kommt an der Wohngruppe Sperrblick in Utznach. Wir haben ein Kinderheim, wo 14 Jugendliche Platz finden, wo sonst nirgends mitgekommen sind. Wir sind, wie wir sind. Dann wir sind, wie wir sind. Eins kommt vor der Licht, die Sonnen an dem Lagen. Wir sind, wie wir sind. Wir sind, wie wir sind. Eins kommt vor der Licht. Auf alle neue Wagen, wie wir sind, wie wir sind. Ein Gott für den Licht. Ein Gott für den Licht. Ein Gott für den Licht.